Das scheint nichts zu sein. Doch ist was. Okay. Der Kampf ist doch schon nichts vorbei. Die Musik könnte man dann lang noch aufhören. Stangenkunde. Okay. Äh... Hat der nicht irgendwie die Richtung geändert? Ja. So. Hier, da komme ich nicht lang. Gut. Gut. Du willst nicht, ist das die Balken-Kunde oder wie? Ja. Ja. Los! Los! Halt mir! Vergebt mir mein Versag! Gut. Das wäre das. Äh... Ich bin nicht gekommen, um euch weh zu tun. Ich bin nicht gekommen, um euch weh zu tun. Ich bin nicht gekommen. Ich bin nicht gekommen, um euch weh zu tun. Ich bin nicht gekommen. Ich bin nicht gekommen, um euch weh zu tun. Ihr wisst wohl nicht, wie man Frauen behandelt Okay Scheiße, funktioniert das jedes Mal Gut, äh Da drüben muss ich anscheinend hin Da hinten ist eine Kiste, muss ich mir merken Da komm ich glaube ich erst später hin So Nö, nö, nö Bitch Also langsam habe ich kaum noch Energie Ich muss vorsichtig hier sein Aha Soll ich jetzt eine Etage triefe, wie es aussieht, okay Auf dem Balken Ich genieße eure Nähe, mein Prinz Tschüss Es ist ein bisschen bescheuert, wenn... Ja So Das möchten wir zurückspulen Schmerz ist so ein überwältigendes Gefühl Äh So So Gut Irgendwie geschafft wurde aber leider noch mal getroffen So Okay Ähm Nein So witzig verarschen So Okay Jetzt zu dir Mrs Wo ist es? Das wollte ich nicht Wo bist du? Schmerz ist so ein überwältigendes Gefühl Der Schmerz ist aufregend Ich muss euch loben Ah Verdammt Es wird schwierig diese Tussi zu besiegen Mit so wenig AP Können wir nicht darüber reden? Ich wollte sie auch gar nicht erst anspringen Nein Ihr wisst wohl nicht, wie man Frauen macht Nein, ich hab nichts mehr Ach, scheiße Wo starte ich jetzt? Okay, hier Fair Das ist zumindest nicht so weit entfernt Äh Ja Nicht so weit entfernt Der Schmerz ist aufregend Ich muss euch loben Nein, ich kann es nicht akzeptieren noch mehr Schaden zu nehmen Mann Ich habe nicht in diese Richtung gedrückt Ich bin nicht gekommen, um euch weh zu tun Sag mal, willst du mich denn komplett forschen? Börsen Wörsen Alter Diese Gegner machen mich wahnsinnig Ich bin nicht gekommen, um euch wehzutun. Können wir nicht darüber reden? Sag mal, willst du mich verarschen? Betrifft halt. Geht doch. Meine Fresse. Was soll ich denn dagegen tun? Ich muss ja abwehren. Ja, toll. Jetzt bin ich gestorben, weil ich abwehren muss. Das ist bescheuert. Hallo? Würdest du bitte jetzt so... Das ist doch ein schlechter Scherz. Warum konnte sie mich jetzt einfach von den Füßen reißen? Ich hab geblockt. Okay. 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 Ich bin nicht gekommen, um euch wehzutun. Stimmt, du bist gekommen, um mich zu töten. Können wir nicht darüber reden? Nein. Können wir nicht. Ich brauch all den Set, den ich kriegen kann. Geht schon wieder bescheuert los. Schmerz ist so... ein überwältigendes Gefühl. Dann genieß ihn. Schmerz ist so... ein überwältigendes Gefühl. Schmerz. So. Stirb. Heicht dich endlich. Okay. Ich hoffe, wir haben jetzt langsam mal wieder einen Speicherpunkt, weil das ist echt anstrengend. Okay. Okay, da ist ein Vorhang zum Runterschlittern. Da komm ich da hin. Aber da hinten war die Truhe. Da will ich erstmal hin. Super. Wenn ich runtergefallen bin, hat es mich direkt angegriffen. Hallo? Hallo? Achso. Ah, ich falle runter, weil ich den Wurfknopf drücke. Okay. So funktioniert Balkenkampf. Ei, 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 ei. Ich muss mir natürlich auch schon mal alle meine Sandbehälter befressen. Der Wurfknopf ist halt auf derselben Taste wie runterfallen. Das finde ich bescheuert. Ach du Scheiße. Super. Ich wollte doch gar nicht runter. Scheiße, man. Ich bin jetzt aus Panik runtergesprungen. Ich bin aber überlegen, ob ich jetzt immer kurz heilen sollte. Bevor ich... Beziehungsweise speichern eigentlich mehr oder weniger. Da hinten ist ja schon der Sprecherpunkt. So. Kann ich mich nämlich mit vollen Energie mit den beiden messen. Verpisst ihr euch mal? Hallo? Hallo? Okay. Es ist wie mit eurem eigenen Schaden, Prinz. Wir werden mich nie los. Oh Gott. Das hat sich alles resetet deswegen. Äh. Was ist das? Dark Souls? Iron Boards. ketal options. Secretiers吗. Nein. Können продолжieren. Teck zurück. Welcom Рung ist das? Ich bin nicht gekommen, um euch wehzutun. Ich bin nicht gekommen, um euch zu sehen. Ich bin nicht gekommen, um euch wehzutun. Ich bin nicht gekommen, um euch zu sehen. 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 Und stirb. Ich bin nicht gekommen, um euch zu sehen. Ich bin nicht gekommen, um euch zu sehen. Ich bin nicht, um euch zu sehen. Ich bin nicht, um euch zu sehen. Ich bin nicht gekommen, 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 um euch zu sehen. Ihr wisst wohl nicht, wie man Frauen behandelt. Okay, eine tot. Okay, die andere ist auch fast tot. Ich bin nicht gekommen, um euch wehzutun. Und tschüss. So. Damit sollte dieser Raum abgeschlossen sein.